hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hofbergmann mit dem tiger farm und dem jürgen rasek stark rasek youtube oder unten ist schon was gewachsenen so doof gps aber ich habe die berechtigung nicht dazu wir sind am restlichen flügeln beziehungsweise tiefen lockern am ansehen und gleich noch am düngen das so der tiger farm machen auf seinem feld drüben wenn man das durch sind dann muss ich auch wieder rüber dann müssen wir da noch anpflanzen haben uns dazu entschieden dass wir raps anpflanzen und weiter auf die dieselproduktion erst mal setzen um möglichst schnell viel geld zu machen soviel dazu euch natürlich heute ein wunderschönen ist guti 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 ich bin kein dünner mehr wie viel hast du noch gekriegt äh gar keins erst gar nicht na gar nicht ach schade dann musst du einen big pack kaufen brauchst du ihn? ne ich bin er nicht sein unser selber machen weißt du jetzt brauchst du? komm machst du es nicht weil ich fahren muss weil sonst wieder auf einer leitplanke hängen das auch kaufen können und zurücksetzen die big pack nicht zurücksetzen hast du schon vergessen? Traktor meint Varuna ne nicht? er meint die big pack nicht ich weiss schon was er meint ich weiss schon was er meint was brauchst du kalt gell? wenn ich Dünger 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 Sengs Record Dünger 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 Seht Dünger schon ziemlich gut aus her es fällt gleich fertig schon Dünger 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 D сек Dünger Dünger so du dünnst dann kalkst du und dann kann ich ansehen und wir haben die zwei dünge stufen was soll ich machen ich bin jetzt hier mit fertig kannst du kalben im grunde tiefenlocker gehört uns auch unkraut ist gewachsen bei dir ja aber das erste erste unkraut stufen können wir warten dann machen wir das doppelte das große weg haben wir jetzt kein schwiegel mehr eine spritze war unabred abgeblich nicht mehr rein ja der johnny zieht halt Warte. Bleib mal stehen. Warte. Steig mal aus. Hüt und weg. Oh, Nachrichten. So. 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 Düngestreuer, Kalkstreuer musst du mieten und Kalk kaufen. Ah. Aber es gibt glaube ich eine Kalkstation hier, gell? Bin mir nicht sicher. 400... I don't know. Ne, gibt es nicht. Schade. Doppelschein. Aber wird sie irgendwann auch nicht mehr brauchen, wenn wir die Kalkstation irgendwann mal haben in 10 Millionen Jahren. Ich habe schon überlegt, ob wir uns noch irgendwie ein Feld kaufen. Wir wollen so viel, ich glaube erstmal wir sollten eins kaufen, also ein, 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 ein Ding. Ja, mehr Felder, mehr Ertrag, deshalb war mein Gedanke, dass Pflanzenwachstum ist so schnell wie Schwierigkeit auch einfach. Also theoretisch könnten die Gerste noch verkaufen. Wie gesagt, ich hätte es lassen. Welchen Kalkstreuer soll ich holen? Den kleinen. Ist ja nur gemietet. Äh, wieso lassen? Für Saatgut. Oder sagst du, es reicht erstmal. Wir haben 20.000 Saatgut. Ich habe jetzt für das Feld hier nicht knapp 500 verbraucht. Ja, dann lass, äh, dann verbraucht. Wir bräuchten eher eine Düngeproduktion oder so. Wobei uns da noch für die, äh, war das jetzt schon die zweite Wachstumsphase? Kann eigentlich nicht sein. Geht ja ratzfatz hier. Ach, ich liebe GPS. Echt? Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Also habe ich ja hier auch gar nicht drin. Nennt man das Noob oder Noob? Noob. Ach, Noob. So. Letzten Streifen einzeln. So, was halt jetzt gut ist, dass wir zu dritt sind und dadurch, äh, die Arbeiten einfach schneller von der Hand gehen. Ja. Mhm. Karuna, soll ich bei dir drüber denken? Es ist mir das erste Wachstum zu, äh, erste Dinge, ich bitte erst. Zu wenig gewachsen. Ist ja nicht viel gewachsen. Dann ist die Frage, was ich jetzt tun kann. Ähm. Milch? Ja. Und zwar nur 300, aber besser wie nix. Welches fällt? Kalb? Vier? Ja. Wo du, wo du gedacht hast, gedacht hast, dass es zwei ist. Das fällt. Das andere fällt zwar. So, ich habe jetzt für das Feld hier 600 Saatgut gebraucht. Okay. Wo steht denn die Gerätschaftsoption? Da. Ja. Die sind schon am kalten? Jo. Wo? Äh, vier. Ja, vier hinten. Jo. Ja. Ne, ne, ne. Vor allem. Ja. Ich muss da jetzt mal rausfinden. Ja. Ja. Und dann. Ja. Vollbeschäftigung Du hast wahrscheinlich noch mal nachtanken müssen mit dem Kalk locker isse Ein oder zweimal Das ist ja brutal wie viel da drauf geht Hallo schaltest du das? Null nichts gedrückt und dann schaltest du es wieder an Schön Radio hören Aber von der Menge her würde ich fast sagen es würde sich mehr lohnen Kalk zu produzieren Vor allem hast du da ja nur Wassereinsatz glaube ich Ich schau Wasser und Diesel vielleicht Äh Wasser, ja nur Wasser Wobei Dünger halt teurer ist Und Kalk brauchst du nicht so oft Dann lass doch auch Fingerspornen Das war jetzt so meine Idee Haben wir irgendwo Bäume die wir noch äh hier so klein machen können Äh Keine Ahnung Ja doch Aber ich mach nie wieder Holz Bei Feld 4 Haben wir auf jeden Fall müssten Nicht viele aber ein paar Warum nicht? Weil Erzählvorbereitung Ist dir zweimal zu viel umgefallen oder was? Nicht nur zweimal Ja zweimal zu viel Fünfmal zu viel Sachte immer Sachte, sachte Haben wir noch Dünger, nee, gell? Doch Also in Streuer Oder hast du? Beiß müsste für das Feld reichen Und jetzt noch tausend Dünger drin Das müsste sich gut ausgehen Ich warte jetzt bis das gewachsen ist Dann bin ich Ich kann mir dann schon Dessen schon mal in der GPS-Strecke einfahren Hast du ähm Haben wir eigentlich eine Säge? Kettensäge? Säge? Kettensäge Kettensäge meint sie Ich weiß es nicht Wenn nicht, dann kauf mal bitte Ja Chainsaws Da Welche willst du? Egal Stille Welche? Deutsche Qualitätsarbeit Okay, also Hispana Wegen so einer kleinen Kettensäge So einen großen Leck Also die Horsch wäre wahrscheinlich auch eine Sämaschine Die wir uns anschaffen sollten Weil die ist einfach genial Die Arbeitsbreite ist zwar nicht Maximum Aber trotzdem ganz ordentlich So die GPS-Strecke ist erstellt So die Passe ist zwar Leer wäre ich jetzt? Dann spute ich. Alter, ich habe es gesehen. Ich habe gedacht, da wäre keine. Ich habe gedacht, da wäre keine. Der Traktor kam ja noch gut rüber, aber der Anhänger da nicht mehr. Der Traktor stark genug dafür. Hat die gut drüber gezogen. Sonst gibt es nichts zu tun, oder? Die Milch schon aufgefüllt? Ja. Ähm. Ja, es ist einer da. Nee. Doch, es ist einer da. Naja, aber sonst ist eigentlich leider im Moment nichts zu tun. Ich muss noch für fertig säen. 50%, bisschen mehr. Razex muss noch, ähm... Oder willst du weiter säen? Dann säge ich schon mal die paar Bäume um. Die gefangen. Was? Oder willst du weiter säen? Dann säge ich schon mal die Bäume um. Nee, noch nicht. Nee, wenn du unbedingt die Bäume umsägen musst. Nee, ich möchte nicht zoomen. Ich möchte nicht zoomen. Äh, kennen wir das irgendwoher? Mhm. Woher denn? Gestern und vorgestern? Gestern und vorgestern warst du so motiviert und hast so fleißig gearbeitet. Gestern und vorgestern? In den Folgen von gestern und vorgestern. Zeiten ändern sich. Arbeitsverträge auch. Da, ich habe immer schon mal die Leil-Planke. Äh, hä, hä. Ja, hoch zurück wird wahrscheinlich schwieriger. Oh, ha! Sieht ja weiß aus. Ist ein Koksraktor. Warte ich. Warte auf kurz weiß ich. Tschüss. Tschüss. Ja. Ähm, Tiger Farm? Weil mir sägen kann nicht, aber transportieren oder so nicht. Ähm, kannst du mal nen Anhänger holen? Anhänger. Warte mal, was haben wir denn für Anhänger? Ja, den kleinen Agro Liner. Ich weiß nicht was da drin ist, wo der steht. Machst du die angefangen? Ja, danke. Ähm, ja der steht beim Silo. Ja, aber guck mal, was da drin ist. Ja, bin ich schon da? Ne. Ja. Bist du da? Bist du da? Hallo? Na ja. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und... Am besten alles. Bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020